Herzlich willkommen bei ADH Fishing und herzlich willkommen Christoph Menz. Wir sind hier in Norwegen am Stördahl zum Lachsfischen und unser Equipment haben wir jetzt in dem Fall verstaut in dieser Tasche. Christoph, erzähl mal, was ist das für eine Tasche? Ja, das ist das Black Hole Gear Toad. Im Prinzip eine universell einsetzbare Tasche aus dem bekannten Black Hole Material. Also wir haben hier recyceltes Polyester, wir haben dieses PU-Coating, Ripstop Material, also sehr haltbar, sehr abriebsfest. Und es ist ein perfekter Begleiter, gerade um Wartschuhe und Warthosen, vor allem wenn sie nass sind, zu transportieren. Wir sehen hier, ich habe hier die Warthose drinnen, ich habe hier die Schuhe drinnen. Die sind noch nass. Die sind noch nass vom Fischen. Genau, man sieht das hier eben auch im Inneren. Also der Boden ist jetzt hier nass von den Schuhen, aber auf der Unterseite sehen wir davon eben nichts. Durch dieses spezielle Material, was innen drin eben nochmal beschichtet ist. Das heißt, der Mietwagen jetzt in unserem Fall bleibt sauber, der Kofferraum bleibt trocken. Also das ist eine ideale Lösung zum Transport, nicht nur wegen des großen Fassungsvermögens von 60 Liter. Also wirklich richtig viel kriegt man hier rein, ob jetzt Wartbekleidung oder was anderes. Große Öffnung, man sieht Schuhe rein, Hose zweimal zusammengelegt, das Ganze ist verstaut. Und wir sind schon wieder fertig und können wieder gehen. Wir haben hier auf der Außenseite noch einen kleinen Zipp und ansonsten würde ich sagen, ist das ein ziemlich universelles Ding. Sehr universell einsetzbar, man für alle Arten von Transporten, gerade wenn man was Nasses hat, kann man hier alles reingeben, schützt dadurch, wie du vorher gesagt hast, sein Auto oder eben den Mietwagen. Genau, also im Grunde eine sehr, sehr schöne Lösung, wenn es um den Transport von feuchten Sachen geht. Einfach schnell in den Kofferraum, ab zum nächsten Pool, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt nochmal und gucken mal, was die Lachse da unten machen. Alles klar. Dann viel Spaß auf jeden Fall mit der Black Hole Gear Tote Bag 60 Liter von Patagonia. Dann viel Spaß auf jeden Fall mit der Black Hole Tote Bag 60 Liter von Patagonia.